Hallo und Willkommen zum Büro Adventskalender von mir, Herr Schwen-Lisa. Dann habe ich hier heute den 12. Dezember, 12. Paket. Ich sage immer Zürchen, aber ihr wisst schon. Und in diesem ist etwas drin wieder mal, was gleich angezündet wird. Viel Spaß. Hallo und Willkommen zu diesem Tag 12. meines Büro Adventskalenders. Ja, hier ist nochmal das Geschenkpapier mit der wunderschönen Orchideenblüte, welches ich jahrelang zum Einwickeln meiner restlichen paar Paketen verwendet habe. Aber das wurde immer berühmter und kaputter und das habe ich jetzt dazu verwendet. Okay, dann muss ich es jetzt öffnen. Und hier befinden sich die Extras. Einmal der hier. Na ja, die sind Extras verloren gegangen. Nein, es sind Extras noch vorhanden. Einmal ein Moskito und einmal ein Reaper hat sich hier versteckt. Die sind aber hier beim Sturm ziemlich läse. Und die heutige Batterie ist... Na, was ist das jetzt hier? Ich weiß schon, ich komme bloß gerade nicht drauf. Die Elia natürlich. Viel Spaß. So, einmal der Reaper. Okay. Dann die... äh... Der Moskito. Und jetzt noch der Rüstling. Ich habe mir die ganze VE geholt, deswegen sind die jetzt überall dabei. Es war cool. Ja, und dann geht es zur Alien. So, dann werde ich jetzt die Alien schön am... äh... Büro-Adventskalender-Lagerfeuer anzücken. Das macht sich gut bei dem Sturm. Einzige Möglichkeit. Hey, was war das? Das war ein bisschen schnell. Ist die vielleicht durchgezündet oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall... äh... bis morgen dann zu einem neuen Führer-Adventskalender-Türchen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.